Die Wahrheit des Ursprungs des Leids Wir haben uns mit der Tatsache beschäftigt, dass wir uns alle nach Glück sehnen und Leid vermeiden möchten, trotz dieses natürlichen Wunsches aber dazu neigen, die Umstände für immer neues Leid zu erzeugen, weil wir nicht wissen, wie man die Ursachen für Glück erzeugt. Wir haben festgestellt, dass an der Wurzel dieser Situation eine Täuschung liegt oder, wie es im Buddhismus genannt wird, eine grundlegende Unwissenheit. Diese Täuschung betrifft nicht nur die Art des Existierens der Dinge, sondern auch wie Ursachen und Wirkungen miteinander in Beziehung stehen. Im Buddhismus werden deswegen zwei Arten von Unwissenheit, Avidya auf Sanskrit, unterschieden, und zwar Unwissenheit bezüglich der Kausalitätsgesetze, im Speziellen der Gesetze des Karmas, sowie Unwissenheit bezüglich der letztlichen Natur der Wirklichkeit. Diese stehen mit den zwei Ebenen des Verständnisses vom abhängigen Bestehen in Verbindung. Auf der ersten Ebene war es das Verständnis der kausalen Abhängigkeit, das unsere Unwissenheit bezüglich der Kausalitätsgesetze beseitigt. Auf der tieferen Ebene war es das Verständnis der letztlichen Wirklichkeit, das unsere grundlegende Unwissenheit beseitigt. Das bedeutet allerdings nicht, dass Unwissenheit die einzige Ursache für unsere nicht erleuchtete Art des Existierens ist. Es gibt eine Reihe weiterer, davon abgeleiteter Ursachen, sowie Umstände, die mit dem etwas technisch lautenden Begriff Klesias bezeichnet werden, d.h. leidvolle Emotionen und Gedanken, oder kurz Verblendungen. Es handelt sich dabei um eine komplexe Gruppe von Emotionen und Gedanken, die im Abidharma ausführlich beschrieben werden. Beispielsweise werden dort sechs leidvolle Wurzelemotionen und Gedanken, d.h. sechs Wurzelverblendungen genannt, aus denen 20 sekundäre Verblendungen entstehen. Diese alle werden im Abidharma ausführlich erklärt. In der Literatur des Vajrayana-Tantra gibt es eine weitere Erklärung über den sangsarischen Prozess, die 80 Arten von Gedanken oder Konzepten beschreibt, welche aufzeigen, dass wir uns in einem nicht erleuchteten Zustand befinden. In den Schriften des Kala Chakra, die zur Klasse des Vajrayana gehören, werden darüber hinaus die Ursachen für sangsarisches Dasein entsprechend natürlicher Neigungen oder Voraussetzungen beschrieben. Diese Verblendungen, diese leidvollen Emotionen und Gedanken, die aus unserer grundlegenden Verblendung entstehen, erzeugen Handlungsabsichten. Beide zusammen, Verblendungen und Handlungsabsichten, sind der Ursprung unserer Erfahrungen von Leid. Als Verblendung werden im Allgemeinen jene Gedanken und Gefühle bezeichnet, die bereits durch ihr bloßes Auftreten Störungen in unserem Geist verursachen und uns inneres Leid zufügen. Der unedle Pfad Sobald wir unserem Leiden seinen wahren Namen gegeben haben, müssen wir tief schauen, um zu sehen, woher es kommt. Akzeptieren wir die erste Wahrheit des Leidens, müssen wir auch akzeptieren, dass es Ursachen für dieses Leid gibt, denn für alles gibt es Ursachen und Wurzeln. Schauen wir tief in diese Wurzeln hinein und untersuchen sie, haben wir bereits mit der Transformation unseres Leidens begonnen. Wie ist es entstanden? Wir sollten die Antwort nicht in der Vorstellung suchen, Buddha oder Gott hätten das Leid aus irgendwelchen mysteriösen Gründen geschaffen. Wir brauchen einen klaren Verstand und ein ruhiges Gemüt, um tief zu schauen und die Ursachen zu erkennen. Wir können die zweite edle Wahrheit als einen Pfad verstehen. Doch führt dieser Pfad nicht zu Glück und Wohlbefinden, sondern zum Leid. Viele von uns folgen diesem Pfad, der uns zu Wut, Vorurteilen, Gewalt, Ignoranz und Verzweiflung leitet. Der unedle Pfad ist geprägt von falscher Anschauung, falschem Denken, falscher Rede, falschem Handeln, falschem Lebenserwerb, falschem Bemühen, falscher Achtsamkeit und falscher Konzentration. Wenn wir verstehen, wie und warum wir diesem Pfad bisher gefolgt sind, können wir auch die andere Seite sehen. Der edle achtfache Pfad, der Pfad des Glücks und Wohlbefindens, wird sich uns dann von selbst zeigen. Warum sind wir mitten in einer Wirtschaftskrise? Warum gibt es Klimawandel, so viel Umweltverschmutzung? Warum gibt es Terrorismus? Wenn wir uns diese Fragen stellen, sollten wir uns genügend Zeit und Raum nehmen, um Antworten zu finden. Unabhängig von unseren religiösen Hintergründen sollten wir uns zusammensetzen, die verschiedenen Formen des Leidens in der Welt identifizieren und deren Ursachen herauszufinden suchen. Einige buddhistische Lehrende sprechen davon, dass das Begehren die Hauptursache allen Unwohlseins sei. Doch das ist nicht wahr. Begehren ist lediglich ein winziger Teil des falschen Pfades. Tatsächlich wird unser Leid durch falsche Anschauungen verursacht, die ihrerseits zu falschem Denken führen. Das Leiden in der Welt, wie auch unser eigenes, ist durch falsche Anschauung und falsches Denken geschaffen. Wenn wir erkennen, dass wir unser Leiden selbst schaffen, sehen wir auch, wie wir es verwandeln können. Wollen wir etwa den Prozess der Erderwärmung umkehren, müssen wir zum einen verstehen, wodurch all das Kohlenmonoxid entsteht, das zur Erwärmung der Erdoberfläche beiträgt. Kohlekraftwerke sind in den Vereinigten Staaten von Amerika die Hauptverursacher der Umweltverschmutzung durch Kohlendioxid. Sie produzieren jährlich 2,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Zum anderen müssen wir aber auch sehen, inwieweit unser täglicher Konsum zum Klimawandel beiträgt. Wir benutzen Autos, verbrauchen Strom und Benzin und zerstören die Wälder, um Viehwirtschaft zu betreiben. All das trägt zum Klimawandel bei. Fahren wir oft mit dem Auto, lassen wir das Licht in der Wohnung an, unsere Elektrogeräte im Stand-by-Modus, essen wir zu viel Fleisch, dann vermehrt das die Ursachen unseres Leidens. Schauen wir tief in die zweite edle Wahrheit und erkennen wir, auf welche Weise wir unser eigenes Leid schaffen, sehen wir, wie wir es verwandeln können. Wenn wir uns mehr um uns kümmern und infolge weniger gestresst sind, dann verursachen wir weniger persönliches Leid, weniger Ärger und Konflikte mit den Menschen, die uns nahestehen, und wir werden vermutlich gesünder sein. Essen wir kein Fleisch, werden die Bauern kein Vieh mehr halten, was sie für uns töten. Fahren wir nicht mit dem Auto, produzieren wir weit weniger Kohlenmonoxid. Setzen wir uns dafür ein, dass auch große Firmen damit aufhören, die Umwelt zu vergiften, tun wir aktiv etwas dafür, dass es weniger Leid und mehr Frieden in der Welt gibt. Was ist das, das ist, machen, findest du es? Wenn wir es immer noch einmal in der Welt gibt, Und jetzt? Und jetzt? Dann ist es ein neues Jahr. Und jetzt? Wir brauchen noch einmal in der Welt.